Musik 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 Ich hoffe, ihr habt ordentlich was im Stiefel gehabt heute Morgen. Und für mich geht es jetzt weiter nach Köln. Ich bin heute Abend auf der 1Live Krone und am meisten freue ich mich auf mein Kleid. Sie hat mir einfach so brutal den Abend versaut, dieses Scheißding. Und tschüss. Jemand eine Empfehlung für eine gute Strumpfhose? Ich war jetzt bei dieser 1Live Krone, bei diesem Event und hatte diese monster fette Megalaufmasche. Und das Lustige ist, dass ich wirklich die erste halbe Stunde gedacht habe, dass die Leute gucken, weil ich heute besonders gut. Aber Mädels, falls ihr mich mal irgendwo sehen solltet, ich habe wieder eine Strumpfhose an mit so einer Kacklaufmasche. Dann sagt es mir bitte, ich bin da wirklich sehr, 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 sehr dankbar. Ich bin da wirklich sehr, sehr dankbar.